Sehr schön. Also ich fand es sehr entspannt, besonders die Kombination mit der Brille und den Kopfhörern der Musik. Da hat man sich ein bisschen wie in der anderen Welt gefühlt. Also total entspannt. Ich hätte jetzt einschlafen können. Also den Anhänger fand ich auch überhaupt nicht störend. Man ist ja sowieso mit dem Kopfhörer und der Musik ganz woanders nicht beängstigend oder einengt. Absolut gut.